Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut und ihr seid vor allem gesund. So, ich stelle mich einmal vor, mein Name ist Esther Kurze, ich lebe in Paderborn, bin aber Schwäbin, was man bestimmt hören wird. Bin Musikerin, Malerin und vor allen Dingen Vocal Coach im Bereich Rock-Pop-Gesang. Was kann ich für euch tun, wenn ihr Pop-Rock singen wollt? Ich zeige euch, wie ihr eure Bruststimme aktivieren könnt, wie ihr Höhen erreicht, die ihr bisher noch nie erreicht habt und euch das gar nicht vorstellen könnt, da hinzukommen. Welchen Körpereinsatz müsst ihr bringen, um mit Power singen zu können, um Konzerte singen zu können? Intonation, Atemtechnik, diese ganzen vielen, vielen Fragen im Bereich Stimmbildung können wir zusammen beackern. Ihr könnt mich fragen, wir schauen, wie wir daran arbeiten können. Ich lege außerdem viel Wert darauf, dass man das Thema sängerisches Selbstbewusstsein, Bühnenpräsenz, Songinterpretation mit einfließen lässt. Das heißt, wie schafft ihr es, frei zu singen, frei zu sein, traut euch, wie kann man euch aus der Reserve locken? Das macht unheimlich Spaß, das zu tun zusammen und das wird euch auch gefallen, auf jeden Fall. Vielleicht was zu mir? Nein, erst sage ich euch noch, es ist sowohl für Anfänger als auch fortgeschrittene Profis alles geeignet. Ich hole euch da ab, wo ihr steht. Ihr sagt mir, was ihr gemacht habt, was ihr singt, wo ihr hin wollt. Wir reden zusammen und sehen, was ich für euch tun kann. Zu meiner musikalischen Karriere noch. Ich singe seit vielen, vielen Jahren, sowohl als Solosängerin als als Backgroundsängerin bei vielen Bands. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Backgroundsingen total. Ich liebe mehrstimmigen Gesang, was mich auch zum Bandcoachen gebracht hat. Das heißt, ihr seid eine Band und habt Songs dabei, bei denen es echt schön wäre, mehrstimmigen Gesang zu haben. Aber ihr schafft es nicht, eine Dynamik reinzubringen. Ihr schafft nicht, die Stimmen zu halten. Ihr findet die Stimmen schon mal gleich gar nicht. Dann meldet euch auch gerne. Daran können wir arbeiten zusammen. Wir gucken, wie man das für euch gut hinkriegt und wie ihr die Stimmen lernen könnt. Genau. Meine vielen Jahre Live-Musik machen als auch im Studio singen, fließen mit in den Unterricht ein. Ich würde sagen, ich freue mich auf euch. Wir sprechen in dem 15-minütigen Vorabgespräch. Passen wir zusammen? Kann ich was für euch tun? Habt ihr Bock auf mich? Und dann schauen wir, was wir tun können zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt happy und bis bald. Ciao.